Ja, dann fangen wir da hinten an und dann im Uhrzeigersinn, weil sonst müsste ich jetzt hier schon die lange Strecke laufen. Okay, also oben links. Dann immer im Uhrzeigersinn. Mal tanzen. Jo, ich stehe hier. Jo, dann auf würde ich sagen. Ich sage ihm einfach immer zusammenbleiben und im Uhrzeigersinn. Jetzt. tested. Explodieren die Dinger schon im Flug? Kann ich sein. die andere richtung er saß auch nicht der saß auch nicht ich sag ja der ist ja abgebogen ich bin ja ganz genau reingelaufen der hat aggro auf mich ich sag ja der hat auf einen aggro jetzt Alter! Ich verstehe das nicht. Ich glaube, jetzt habe ich aber was verstanden. Jedes Mal, wenn ich jetzt umgekippt bin, den angeschlagen, dann hat er sich hingehockt und hat sich gerätzt. Also wenn derjenige, der Aggro hat, umkippt, versucht er sich zu retten. Ich werde hier wahnsinnig, kann nicht wahr sein. Geht. Ert. Ert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 10 10 11 12 13 14 15 16 Scheiße. Might makes me fight. Quick! den auf level 15 ja Das war's. Ich hab ihn wegwirbeln abgekriegt, ey, das war ja auch raus. Ready! Good such might! Scheiße, zu spät. Oh! Oh! Oh, bist du ganz down? Ja. Aber diesmal sieht das doch schon ganz vervielfassprechend aus. Ach ne, ich hab mal wo, okay. Ja, der ist dir, er ist hinterher gerannt. Ah, er ist rein, jawoll. Oh! Max sieht auch nicht mehr gut aus. Lauf! Lauf! We need some healing here. Shit. Ah, Max steht wieder. Schon mal gut. Jawoll! Meine Fresse. 2. 2. Geht doch. Tja, aber sehr lang. Aber das war jetzt wesentlich koordinierter. Ich höre Geräusche.